so freunde weiter geht es mit einer neuen folge und mit x striker das sieht ihr gar nicht ähnlich ne meine güte das sieht so schrecklich aus mit den haaren da als ob du so keine ahnung was für ein typ wärst wenn man dich kennt wenn man dich kennt dann weiß man oh man das passt gar nicht irgendwie zu dir guck mal ich mache jetzt alleine platz oder blockt komponenten junge helfe das fucking menü nicht zu egal ich hab den jetzt was das denn hier fallen lassen ich wurde glatt gemacht ehrlich war jetzt hängt hier der baum bei uns mitten drin der war letztes Haus wir müssen irgendwas haben damit wir das ding da abfackeln können oder was feuerzeug oder so wenig schlecht jetzt hängt das ding nämlich hier komplett im haus drin das ist ja auch scheiße erstmal kräftet außer wir kriegen das irgendwie hin mit dem das vielleicht irgendwie schneller abbauen kannst aber das ist ja auch nicht sinn der sache dass hier so ein scheiß ist richtig ich habe jetzt keine lustige eine halbe stunde ding abzubauen so quatsch eigentlich wollte ich das haus weiterbauen hier das ist auch quatsch so guck mal lieber wie wir fenster hinkriegen keine Ahnung haben wir nichts freigeschalten ja das ist dieses freischalten das ist auch so bitter bei creativerse dass man immer alles freischalten muss und wenn man irgendwas cooles haben will dann muss man freischalten man kann nicht sagen okay wir brauchen ein fenster jetzt bauen wir mal ein hier kannst du dynamit gerade freischalten sehe ich gerade so was haben wir haben so viele blöcke hier ist eine tür wenigstens guck mal die tür kann ich noch kräften habe ich jetzt ich glaube ich habe jetzt zwei türen gekräft ich hatte nämlich glaube ich schon eine gar nicht so sicher muss man bei mir in den bag gucken da ist nämlich die tür so sieben tun wir denn die tür hin oh gott oh mein gott die krabbeln hier alle rum wie die äh olne und er ist einfach weg leute der striker ist einfach weg stimmt gar nicht ja doch ich sehe dich nicht mehr ach da hier bist du was ist das denn hier raus junge war wie das aussieht mit der tür ist ja richtig dreckig wie komme ich da rein hallo ja kann man einfach drücken vielleicht ups dann sagt 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 gott der jetzt blöder weise ist kann man natürlich jetzt hier nicht wirklich ins haus bad werden ich habe kein holz mehr okay gut da muss jetzt in meinem stein weitermachen ups fuck 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 so dann müssen wir mich hier ändern stein so abmachen das sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus müssen auch wieder abmachen ein bisschen strange was du jetzt hier zu weiter zu machen schön also wieder typisch dass man immer alles selber machen muss ja auf jeden fall immer ein bisschen auf die jagd ich muss auf jeden fall mal weißes holz abbauen komme ich nicht drum rum jetzt glaube ich das zeug hier jetzt muss wieder hoch unglaublich wasserhöhle hier wasserhöhle darauf direkt neben wasser oder was war da war da war was stimmt ich erinnere mich grob daran dann können wir auch mal gleich runter die klackern die ganze zeit so als ob die irgendwelche stöckelstühchen an hätten klack 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 haben ja ja klack 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 ich kann nicht auf dem sound zu bleiben was wahrscheinlich ja so zack warte ich bin fast tot wie geht das denn wie geht das denn fast verstorben alter ist ja immer eine krasse sache was funktioniert ja gar nicht hier richtig mit dem häuslebau warum nicht irgendwie will der nicht so wie ich mir das vorstelle ah gott guck mal hier schon wieder falschen block platziert wo treibst du dich denn rum die ganze zeit ich habe eine neue höhle entdeckt ja mir doch egal wir müssen jetzt mal hier weiterbauen da kommen irgendwelche kreaturen raus was ist das denn wo bist du überhaupt ich sehe dich gar nicht auf der karte ja hier wo ist denn hier ja hier ach da hinten bist du hä das ist aber komm dann laufen wir mal zeig mal was du da entdeckt hast ich bin ekelhaft wir brauchen viel licht viel licht viel licht brauchen wir was wir alles hier natürlich überall schön verteilt haben normal so nehme ich das zeug hier mal mit na komm schon die höhle bringt doch wahrscheinlich eh nix besonderes ja sag das nicht das ist ein pokémon oder so drin ich sag's dir pokémon ja sieht so aus gucken wir uns mal guck ich mal was du da entdeckt hast die ist ja auch nicht so weit weg von zu hause sag ich mal eben was ach hier runter oh gott was ist das denn da vorne ja ein pokémon boah wie tief geht das denn runter bitte ja viel spaß spring mal runter oder grab dich runter oh gott das kommt das kommt das kommt das kommt kill es schaffst du es wenn ich das hier sehen würde im dunkel ne ja ist tot gott das will wie tief war das denn oh gott ich hab mir das bein gebrochen ne meine güte dann kommen wir jetzt hier raus aus dem shit hier das weiß ich auch noch nicht so hier ist das meine sackkasse leck mich ja mal wir haben auch nicht so viel fackeln mit also auch nicht so ideal hier rein zu gehen jetzt ich versuche gerade einen ausgang zu boten aber das klappt irgendwie auch nicht was sind hier alles was sind hier alles tolle höhle hier gibt es ja das war es mehr gibt es hier nicht kollege hat ja siehst du feier oh gott so ich muss jetzt mal hier raus oh hier ist kohle nice brown mushroom okay doch keine kohle oder irgendein komischer pilz mal wieder so einfach mal nach oben graben von der seite dann komme ich schon irgendwann hause wissen du ich hab doch hier einen weg gemacht wo buddelst du denn lange na ich wollte hier mal an der seite hin lang buddeln aber anscheinend war das ein fehler so wo bist du denn her hier ach hier da wo das schwein steht da und dann genau zum glück kann man zwei blöcke oh gott ich bin runtergefallen leck mich am arsch verdammt jetzt ein bisschen absicherung bauen können zack so ach guck mal hier chillt das da drinnen du sollst nicht schlafen wer hier das dinge hat er einfach geschlafen war hins da drinnen your peak defeated a rockstar ja ja ich fang schon mal mit dem keller jetzt haben wir wieder alle lampen verschwendet was eigentlich absoluter quatsch war aber gut ey wie kann ich denn so hoch hä ich bin auf einmal 500 meter hoch geflogen auf dem boden aufgeschlagen ja das habe ich auch schon mal gehabt in ein paar folgen vorher guck mal wo das licht da hinten ist guck mal wie weit das weg ist ey bitter das habe ich dir ja schon mal erzählt dass das bei mir auch schon mal so war das war auch ein epischer fail war das immer das war immer so ein bisschen blöd so dann bauen wir hier mal in den keller rein dafür müssen wir erstmal stufen bauen na stufen 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 ich sehe da eine hülle ja komm erstmal hier bau mal das haus zu ende versuch mal ein paar fenster zu craften oder sowas in der art ich guck mir erstmal die hülle an ich wollte mir die hülle nur angucken und nicht reinfallen ja so ist das meistens kann man sich nämlich eine fackel basteln oder wie doch kannst du dafür brauchst du ja die kohle brauchst du dafür kriegen wir die nochmal her ähm ja die ist meistens in steinen drin und sowas stimmt aber ja so so hier ist ziemlich viel zum abtragen so zack Tür können wir ruhig offen lassen weil da kommt ja eh keiner rein so was haben wir noch für maschinen cooking station ein super extractor processor den haben wir ja gecraftet können wir ja ziemlich viele sachen raus da äh ne den haben wir gecraftet guck mal hier ist auf jeden fall ein ofen aber was können wir da drin verbrennen ich hab keine ahnung was wenn ich das da rein tue ich kann so viel sachen gar nicht fuels guck mal ich kann nur das hier rein tun und ich kann mein schwert da rein tun was zum quatsch was wenn ich das hier rein tue ich kann das holz jetzt verbrennen ja schön und dann brennt das und was bringt mir das irgendwie nicht wirklich was so was kann man hier mit machen ah ok das ding haben wir ja doppelt wir haben dieses ding gar nicht gebaut glaube ich diesen ähm diesen processor das ist so sieht aus wie so eine säge warte mal wo ist das ding was ist denn da sicher ich meine das ist das hier ich hab keine sachen tatsächlich das ist der jetzt habe ich noch einen dritten gebaut ach Gott sehr gut ah ok blaze was das denn für ein stein so jetzt müssen wir erstmal gucken ich brauche auf jeden Fall ein bisschen fackeln ach fackeln ach fackeln wo seid ihr denn hier was so wenig dann muss ich mal wieder ein paar fetchen craften das geht ja nicht so ach hier guck mal diesen mist dinger ach dies für die hand und dies moos was 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 warum ein moos what das war doch hier vorne irgendwo so ich hätte ein schulterdinger gecrafted craft dir immer jeden scheiß und ich bleib auf der strecke liegen standard so in der art ah was zu essen so wo kriegt man diese komischen grünen gewächsdinger da diese wines oder wie die heißen hast du sowas ja glaub schon warum hast du mal zwei stück damit ich mir Rüstung craften kann noch was ja zwei stück so gucken wir mal weins 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 oder wie die heißen mit v mit v da habe ich doch welche gehabt ich erinnere mich aber anscheinend irgendwie nicht mehr kriegt man die denn nochmal ach doch hier unten habe ich die äh habe ich irgendwo mal aufgesammelt irgendwann mal lange ist es her die tür kann ruhig offen bleiben so jetzt habe ich komplette Rüstung ich habe alles an wow das ist auch so ein asiatischer Kämpfer ein das ist natürlich toll das ist wirklich das ist wirklich so jetzt können wir das Ding mal einfach oh das ist ein toller Sound so im Back wo haben wir unsere Fackelchen hier haben wir sie jetzt habe ich die 2 auf 3 gemacht aber aber gut was brauchst du da? im Keller zum ausbauen komm kannst du mal mithelfen was willst du wie groß wie weit ja der ist mindestens so groß erstmal wie äh wie jetzt das Haus über uns ne eigentlich kannst du alles weg machen wo die Platte ist au das dauert aber das sage ich dir ich habe nämlich schon angefangen aber alleine kriegt man das auch nicht hin weil der auch nicht die Blöcke schnell genug abbaut finde ich ja könnte ja schon ein bisschen schneller gehen aber nein macht der ja nicht so guck mal das Haus ist ja auch relativ groß von der Platte her eben ich meine wenn ich überlege das habe ich alles in Minecraft selber gebaut das ist schon hart jetzt hierher zack 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 so nochmal hier rein oh Gott so ziemlich dunkel hier oh man das ist aber echt viel Arbeit hier den Keller auszuheben da können wir hier die Tiere einsperren das habe ich nämlich bei Minecraft auch gemacht das war immer ganz lustig irgendwelche Tiere einsperren da habe ich immer Skelette bei mir im Kerker gehabt dann merkt man da ist Minecraft immer noch so ein bisschen cooler was das Abbauen besonders angeht da bist du schneller abgebaut hast du alles schneller abgebaut als das hier mit den Händen obwohl wir noch zu zweit sind aber trotzdem dauert das alles irgendwie alles viel zu lange ja so guck mal hier lass mal Licht machen zack zack so ich hab nämlich schon grad gar nichts mehr gesehen ne weil es hier so dunkel war so da 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 ich bin gespannt wie nachher das Haus aussieht ja das ist ja deutlich kleiner als das Haus was ich mal gebaut habe bei Minecraft das ist nämlich wahnsinnig groß also das ganze das war bestimmt glaube ich viermal so groß naja das war aber auch echt geil mit fetten Treppenhaus und keine Ahnung was das war schon ganz cool so hier haben wir glaube ich Bodenplatte Ende ja dann müssen wir noch den Scheiß abmachen dann haben wir es geschafft ah ok wenn du zu zweit machst dann geht das schon ein bisschen schneller wenn ich überlege das hätte ich alles alleine machen müssen dann hätte das auch einfach ein bisschen länger gedauert so jetzt hängt die Platte zwar in der Luft was natürlich bei jedem Spiel was auf Minecraft irgendwie aufbaut immer eigentlich dasselbe ist das ist immer unrealistisch was das angeht da gibt es jetzt keine Physik dass das irgendwie nach unten fällt ah was oh mein Gott mich hat auch diese Krabbe getroffen da bin ich voll hoch geflogen sie fährt sich aber gut die Krabbe ja sie fährt sich gut so jetzt müssen wir gucken dass wir irgendwie so treppenförmige Sachen machen können treppenförmig kannst du glaube ich nicht craften oder nachher glaube ich wahrscheinlich nicht ah doch kannst du musst du auch freischalten wahrscheinlich nicht sofort aber ich weiß gar nicht wann wann wir das machen können ich sehe jetzt auch hier komm mal hier ah Gott das ist aber auch ein bisschen boah wann ist das denn freigeschaltet bei Basic ist das bei Basic ist das Dirt Stats Basic mhm hä ja und dann das erste Geräte Grass Lab Dirt Stats achso ja ja aber wie kriege ich das denn unlocked weiß ich nicht oh hier ist wieder Besuch im Haus hast du ihn eingeladen man ne deswegen machen wir jetzt auch hier wir müssen den Besuch freundlich empfangen deswegen beenden wir hier diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge von Creative Earth k features رained 看看 jetzt vorbei zum vorbei Untertitelung des ZDF, 2020